Für jedes Kindesgeschenk Radio Argovia wünscht sich Weihnacht für alle Weihnacht für alle Das ist ein riesengroßes Geschenk, das es Menschen gibt, die das freiwillig machen. Vielen herzlichen Dank für diese super Gäste. Das ist etwas, das den Kleinen extrem Freude daran hat. Ich finde es einfach wirklich riesig, wenn es noch Leute gibt, die Familien unterstützen. Ich finde es auch schön, dass alle Wünsche auch das Jahr erfüllt worden sind. Und ich hoffe, dass das ganz viel Lachen bringen wird. Das ist der DJ Antoine. Ich habe gerade den Wunsch von Beat in der Argovia morgen schon gehört. Ich bin von Radio Argovia und bringe ein Geschenk für mich. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke. Merci vielmals, dass es solche Leute gibt. Danke. Danke vielmals. Danke allen, die geholfen haben. Frohe Weihnachten, ein neues Jahr. Ganz schöne Weihnachten und viel Freude zum Päckchen auspacken und viel Spass beim Spielen. Radio Argovia Radio Argovia Radio Argovia Radio Argovia Radio Argovia